Sein Bestes geben Ein Mensch war sehr bestrebt in seinem Leben, für Gott wirklich sein Bestes zu geben. Der Instrumentenbau, der war sein eigen. Er baute unnachahmlich wohlklingende Geigen. Weltweit ist dieser Mann bekannt. Antonio Stradivari wird er genannt. Er sagte, er würde Gott bestehlen, wenn bei einer seiner Geigen seine beste Leistung wird fehlen. Und so kam es ihm in den Sinn, er könne keine Stradivari-Geige produzieren ohne ihn. Und wahrlich, Gott der Schöpfer hat in Lieb und Macht jeden Menschen mit Gaben bedacht. Jeder kann etwas ganz besonders gut. Das zu entdecken und zu fördern mit Mut, das möge Ziel und Auftrag sein. Na nun, dir fällt nun keine Gabe ein? Vielleicht kann keiner so herrlich lachen wie du. Vielleicht hört kein anderer so wohltuend zu. Vielleicht bekst du die besten Torten, beglückst so manchen mit freundlichen Worten. Und ich forsche nun und frage mich, was könnte Gott nicht machen ohne dich? Und ich forsche mich, was könnte Gott nicht machen.